Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Foto von Pokémon-Gate Edition und einem Akron-Naslok. Wir haben uns den Drennen angeholt. In diesem Foto gehen wir den Drennen an. Ich habe Petitionen lassen, aber ich war sehr liebigen wollte. Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Idee. Ich habe die Drennen auf den Weg. Ich habe die Drennen auf den Weg gebracht. Jetzt sind wir auf Route 9, wir haben 2 Routen, das heißt 2 einen Counter vor, der legt vor, dann fällst du nur noch, dann fällst du natürlich einen Counter, ich weiß noch, wann wird ein Elektro-Pogman sein, das würden wir tatsächlich erstmal rausnehmen aus dem Team, da werden wir mit den Lurakten dann fällst du auf den Namen für den Lurakten, das wird noch nicht, aber wir müssen jetzt bei der Lurakten einstellen, das ist ein paar, es ist ein paar, es ist ein paar, es ist ein paar, es ist ein paar, das ist ein paar, es ist ein paar, es ist ein paar, es ist ein paar. Vielen Dank. Ah, okay. Geht gut dabei. Mit seiner Hand wird es aber nichts. Hui! Das war ein ganzes Problem. Die Gierf ist so gekommen, wenn wir tot sind. Ich stehe jeden Tag zu auf meine Formanierung. Alles zu putzen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal gucken, was wir hier kriegen. Wir alle zum Count haben. Ratspanzer haben wir schon. Zum Glück. Uh, Nidoran Mendel. Das ist ein gutes Punkt. Das wollte ich jetzt in der ganzen Zeit haben. Mal gucken. 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 Du hast keine Chance, die meinen Kippen-Pokémon zu retten. Wenn das deine unschreckbaren Kippen-Pokémon sind, dann soll ich nochmal über deinen Kampf nachdenken. Du hast keine Kippen-Pokémon. Ja, du hast eine Racklebackung. Du hast keine Kippen-Pokémon. Du hast keine Kippen-Pokémon und einige Kampladiener. ...CHANK dir eine Komplung? Ich habe einen Beinchaden-Pokémon. Ich werde dir jetzt gerneипotiät, was man es sich in einem Schuss einmal demonstriert dazu. Bisschen fett zu machen, ja. Denkst du nicht, er begeistert. Bisschen fett zu machen. 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 Ich weiß, was Pekka-Pokémon. Ich kann es weitergehen. Ich weiß, was ich will, da wechsel ich mal aus. Das war ein Vortrag von Mechand, was mir umgebracht hätte. Das war ein Vortrag von Mechand. 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 Das war sehr schön. Das war ein Vortrag von Mechand. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.